Und los! Kommt, wie ein Spiel denn überhaupt? Na? So geht das hier auf dem Stoffen Twitch noch nicht so voran, wie es sein sollte. Ah, diese alle also schon Level 80 hier, ne? Ja, natürlich. Guck mal, Albo, Alter, Level 18. Also, wir sollten uns ja vorstellen, bevor wir fertig drücken, ne? Das sollen wir. Das ist halt einer fehlt noch. Ja, morgen high, ich bin's. Ne, dann fangt man an. Ladies, Sirs, ich weiß es nicht. Hallo und willkommen in der neuen Runde Dead by Daylight mit mir, Klakamatsch und... ...dem Rest. Genau, der Rest. Und dem Rest. Es muss reichen. Und los! Ich zeig's dir nochmal schnell gerade alle, wer wer ist. Mit Klakamatsch und... ...und der Rest. Dem, äh, unwichtigen Rest. Ja. 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 Mal schauen. Als Killer bin ich eher begabt, aber ich bin mal gespannt, wie ich mich heute schlage. Echt? Bei uns ist es immer so, der Erste, der stirbt, ist der nächste Killer? Ist es jetzt extra dunkel hier, oder? Was? Der Erste, der stirbt, ist der nächste Killer? Killer, ich suche dich! Neumut. So, was? Kann das sein, dass Twitch irgendwie voll die Probleme hat? Ja. Gestern hieß es auf jeden Fall, dass Twitch Probleme hat. Irgendwie über ein Dashboard kommt grad gar nichts bei mir an. Ne, bei mir läuft eigentlich alles. Außer, dass sich das Video irgendwie aussieht, als ob ich da in einer extremen Geschwindigkeit durchlaufe. Alright. Bei mir lädt es wieder 8000 Jahre. Ich wollt grad sagen, ich lädt schon recht zu lang. Bei mir lädt es aber auch sehr lange. Und jetzt bin ich da. Yaaaay! Geht los! Wieso spiel ich Cloudette? Was hab ich getan? Ich weiß, das war's nicht so. Es ist nichts gegen die Cloudette, ja? Ich weiß. Scheiße, es geht ja schon los. Alter, ist das dunkel. War Room ist das so dunkel. Das ist richtig dunkel, Mann. Was ist dunkel? Hm? Schwarzer Kaffee. Ja, es gibt Leute, die machen halt ihren Bildschirm... Ich spiele auf dem Fernseher, der leuchtet von selber. Wer wär jetzt doch gleich der Killer? Der Rick, oder? Ja. Ich seh gar nichts. Bei mir ist einfach alles noch dunkel. Finde ich gut soweit. Das fängt ja gut an. Was passiert hier? Boah, ich krieg hier schon wieder voll. Ich hab gar nicht mehr Zelle, Mann. Ist das dunkel. Rick, hör halt auf, ey. Geh halt weg. Ich seh gar nichts hier. Ich hab keinen Bock, dass er mich nicht mehr zuerst unterhört. Dammit. Fängt ja gut an. Du hast ihn gleich zu mir geschickt, oder was? Für Glück bin ich nicht der Einzige. Mhm. Aua. Almo, du liegst da rum, oder? Ja, ist... Mir war langweilig, natürlich. Leg ihn nicht mal hin. Verstehe, verstehe. Ja, wo ist der Erste hier? Wo bin ich denn? Na komm, na komm, na komm, na komm. Ja, natürlich. Aber Almo. Geht doch. Jackassau. Weg, 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 weg. Hauptverschwind. Wir machen wahrscheinlich ohne Campen, ne? Was? Oder ist Campen erlaubt? So lala. So lala, also man darf ab und zu mal vorbeischauen. Also wir haben hier freie Liebe und Kultur, das geht schon. Ah, freie Liebe? Da bin ich ein Fan von. Ja. Gibt Leute, die machen sich halt gerne Feinde und gibt Leute, die... Das gibt Menschen, die haben Angst vor Verhalten. Ja, also, also Rick macht sich gerne Feinde. Äh, zockt er weg. Ne, er läuft nicht weg. Das ist halt der Almo, ja. Das ist so einer. Ach, ist das Spiel hier nicht, um Feinde zu finden? Nein man, wir haben ja alle, alle sexuelle Beziehungen zu Ende. Aber das ist schön, wie es euch interessiert, dass ich da am Haken hänge. Also, find ich echt cool von euch. Ja, ich komm ja gleich. Ach. Du musst erst noch reifen, dann holen wir dich ab. Ja. Gutes Stück Fleisch. Du musst halt wirklich Vorwürfel sein. Natürlich. Geht's nur? Alter, da muss jetzt zweimal der Frost drüber, bevor man nicht enden kann. Nein, 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 weil ihr quasi hier überall irgendwo rumsteht und Generatoren macht und so. Oh Gott. Während ich hier hänge. Ja dann. Jetzt macht keiner mehr den Generator. Weil jetzt alle ein schlechtes Gewissen haben. Oh nein, ich will nicht, dass sich jetzt irgendwo ein Almo drinstehen. Das geht nicht. Oh. Okay, nee. Aber den Erinnern passiert ja auch gar nichts hier. Ich mach ja eine hilft und du denn auch am anderen? Nö. Ja mach ich mal. Sch brutal. Du wirst da? Guck mal. Das ist nicht alter. ich höre dass das voll an immer nur in dem jetzt gleich macht man das klinge das stand kann meinen einfach nicht drin oder sein ich weiß nicht ich was nicht der nebel den für die somatik der nebel ist super also ich denke ein hatte dieses komische bouquet da reingeschmissen ist ultra schwarz ich kann das auch leider nicht on the flight verändern da und du witt lalalalala wir brauchen noch zwei ja irgendwo eine moto zum se ja lass ihn doch kettensägen im wassucker spielen ja will ich auch fählen ein paar bräume dann hast du feuerholz ja dann ist es mal ein bisschen heller hier an dem po das ist eigentlich auch mal keine schlechte idee so hier mit der kettensäge paar bäume fährt so fünf leute auf einmal gekillt weil ein baum auf sie gefallen ist das wäre mal ein check-up perk oh mein gott so geht schon da ist jemand nicht reingelaufen mit dem roten t-shirt rotes t-shirt ja ich muss das unbedingt wechseln so ich hab dann mein körper stehen ich bin dreimal um den kreis gelaufen dass wir nicht gesehen er hätte sollte auch nicht um ihn rumtanzen wie mein baum sondern eigentlich hätte er gehört wie schränke wachst bei mir voll rum war ich wieder so weit ja übrigens ich habe euch in letzter zeit mal so ein bisschen studiert was er so gemacht und so nein aber noch alles bei von euch ist der rick nein der rick ist niemals dabei ich höre auf jeden fall noch klopfen ich höre klopfen jetzt höre ich rein klopfen ja ja kurz ist das dunkel jetzt ist der weiß mehr nice wenn es jetzt so dunkel ist macht auch einfach licht an äh ich wurde mein jung das mach ich gar nicht ist das dunkel hier ist ja auch nicht ach mensch leute ich kann ich krieg hier also was ich kriege ist hier weiter durchs gras und wenn ich jeden gras habe nachher einzeln mit namen und stammbaum kenne ja passt auch dass er Grasamt nicht seinen großen Bruder holt ähm das Seeschiff bloß sollte der große Bruder sein oder der Stripschaber man weiß es nicht man weiß es nicht nein man muss den Kopf hier die Schnecken sind aus dem Häuschen es ist so dunkel das Spiel ich muss nur eine Uni zu herstellen sie halt also bei mir ist halt einfach alles schwatt das schwatt Team hört gut so ja brav gut ist natürlich dann super balanced also so ist eigentlich jemand gerade beim Generator so oder ich finde grad überhaupt gar keinen mehr beim Ausgang ist meiner sabotagewerkzeug das habe ich ja noch nie gesehen krasser Scheiße ja mit dem Werkzeugkoffer kannst du das Zeug hier hast du mal den Koffer geklaut die Haken ab ich habe den Notschuldig aufgehoben ne ist es okay ne ist es okay ne ist das dunkel das ist anderes sagen als das es ist dreckerdunter dunkel und so ist doch gut wenn er mal nicht von ihr mögt normalerweise keine Kinder sein oder meist also ich ungern und ich da richtig schlecht gerade ein Problem damit und der Almu der räumt ja auch immer richtig ab von denen können wir es noch lernen ich muss das gleich mal irgendwie gucken ob der stream überhaupt läuft angeblich sagt er ja aber ich schau mal schnell ausgang ist auf dann finden wir den Ausgang wäre das echt schick ich blute halt mega ich bin eh keine Hilfe mehr deswegen ok ich bin läuft ok braucht noch jemand Hilfe? ne ne nur aber ich könnte helfen wenn er mir sagt wo ich hab mich grad so hart verlaufen so der erste ist raus das ist schon mal schön das heißt die andere ist offen komm wir mal Otten hu hu also wenn das kein Schüler so dunkel ist muss es heller stellen ansonsten nur ein Spiel war einfach ist nur ein bisschen Hartnode macht dich da mal nicht wahnsinnig ich glaube gerade aus Otten warte mal ich glaube der Ausgang ist da in die Richtung gerade aus? ja 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 wohl also egal welchen Ausgang ihr nehmt ich glaube es sind mittlerweile beide auf ok da muss ein bisschen nach rechts hm ja Moment Moment Otten du bist in der Falle hier das ist nach rechts nach rechts nach rechts das ist ja noch besser ja also ich muss nur wissen ob ich rausgehen soll schon oder ob man hört die ja wie man hört die Falltür man hört die Falltür man hört die Falltür man hört die Falltür man hört die das ist so ein Windheulen als ob das irgendwie in so einen äh großen Keller reinpustet spricht die nicht Französisch? Die Kellerluke? Du kannst die mal fragen, vielleicht sprichst du auch Französisch. Pauli, wo ist die Kellerluke? Oh oui. Was geht denn jetzt? Haben die die Map vergrößert? Ich fühle mich wie ein Black Desert Disneyland. Aua, ich muss gehen. Da ist der Ausgang. Es ist auf Rennen. Da haut er noch mal hinterher. Psyche, moin. Interessante Themen. Jetzt sollte man ab und an mal lesen. Dann nehmen wir den Stream. Bin raus. Ja, ok. Ich musste mich aber echt gerade konzentrieren.